So, moin moin Leute, in dem Video heute wird es darum gehen, wie ihr am effektivsten eure Chromatix sparen könnt oder benutzen könnt. Ich habe es immer mal im Stream, dass mir Leute schreiben, es ist schwer, bestimmte Farben auf bestimmte Items zu bekommen. Und an sich stimmt das auch. Es gibt aber einen ganz wichtigen Trick, weil man den kann, kann man auch relativ einfach, zumindest auf alle vier Sockel-Items, relativ einfach vier Off-Colors draufbekommen. Das Ganze werde ich euch heute zeigen und wir fangen erstmal damit an, wie Chromatix an sich funktionieren, beziehungsweise wie die Farben an sich gerollt werden. Wir machen das an Beispiel von meinem Kopf, weil ich muss den eh jetzt ändern. Dieser Kopf soll am Ende des Videos drei rote Sockel haben, einen blauen Sockel. Wie die meisten wissen, auf einer Hubris wären das drei Off-Colors, das bedeutet drei Farben, die unnatürlich sind, für diese Art von Helm. Warum? Ganz einfach, wir haben den Stat fast ganz oben und am Energy Shield steht Requires Level 69, ist egal, und 154 Int. Wenn ein Item Int required, bedeutet das, dass blaue Sockel, oder blaue, blaufarbige Sockel, hauptsächlich darauf rollen werden. Das Ganze ist natürlich, Int ist blau, Stärke ist rot, Dexterity ist grün. Das bedeutet zum Beispiel, ein anderes Beispiel, auf dem Kopf braucht es nur Decks, da spawnen hauptsächlich grüne. Hier ist mal was mit zwei verschiedenen Sachen, hier ist Stärke und Int, das bedeutet hauptsächlich rot und blau. Von Off-Colors spricht man, weil man quasi die Farben haben will, wo der Stat nicht required ist, wie zum Beispiel rot auf einem Int-Kopf. Dazu werde ich euch auch mal eine schöne Seite verlinken, das ist der Woritchi-Calculator. Hier können wir eingeben, was wir haben wollen und was wir haben. Das Ganze wird jetzt so aussehen, wir geben ein, wie viel Sockel wir brauchen, oder wie viel Sockel wir haben, sorry. Hier, Requirements wäre bei dem Kopf 154 Int und was wollen wir, drei rote, ein blauer. Dann klicken wir auf Calculate. Und dann wird hier im Endeffekt angezeigt, was die beste Möglichkeit ist, oder die höchste Wahrscheinlichkeit hat, dass wir unsere Farben haben wollen, die wir haben wollen. Hier wird zum Beispiel empfohlen, wir sollen drei rote machen. Ich werde euch jetzt einen Trick zeigen, wie ihr euch das aber ersparen könnt. Weil hier steht zum Beispiel, ihr braucht im Durchschnitt ein Attempt, braucht aber dafür 140 Chromatics im Schnitt. Für vier Dockeletems werde ich euch jetzt mal zeigen, wie das Ganze deutlich einfacher geht. Und zwar gibt es da einen ganz einfachen Trick. Ihr braucht ein paar Crafting-Rezepte, und zwar die 2, 3 und 4 Sockel-Rezepte und die at least 2 Rezepte. Also 2 Red, 2 Green, 2 Blue, je nachdem, was ihr haben wollt. So, ich werde das Item jetzt mal hier reinmachen. Wir benutzen den 2 Socket Craft. Und dann, je nachdem, welche Farbe wir haben wollen, in unserem Fall 2 Red, benutzen wir 2 Red, also 2 Rot. So, haben wir 2 Rote. Wir wollen insgesamt 3 Rote, 1 Blaues drauf haben. Und jetzt werden wir 3 Sockel drauf machen. Okay, der Sockel ist blau, wollen wir nicht. Gehen wir wieder auf 2 Sockel zurück. Sind wieder bei 2 Roten, gehen wieder auf 3 Sockel. Und das machen wir im Endeffekt jetzt so lange, bis wir einen 3. Roten haben. Und ein Versuch kostet 4 Jula. Für 4 Jula bekommt man 1 Chromatic, glaube ich. Das heißt, und die Chance ist ja viel höher, dass ihr einen 3. Roten trifft, als bei einem Chromatic. Das werden wir jetzt ein paar Mal machen. Es kann ein bisschen dauern, aber ich verspreche euch, am Ende ist es immer billiger, als wenn ihr... Hoppala. Als wenn ihr Chromatic dafür verwendet. So drauf, ja. Denn allein die Chance, dass ihr 2 Rote mit einem Chromatic trifft, ist ganz, ganz gering. Wir machen hier quasi mit einem Chromatic Try, weil 4 Jula sind 1 Chromatic. Machen wir, versuchen wir nur 1 Roten zu hiten und die anderen 2 behalten wir quasi drauf. So, das ist ja ein ganz gutes Beispiel, weil es nicht klappt. Die Leute, die ja schon mal versucht haben, nur mit Chromatics wissen, Grün ist auch Off-Color, leider die falsche. Die Leute, die schon mal nur mit Chromatics probiert haben, wissen, wie nervig es sein kann, 3 Off-Colors zu hitten. Das wäre jetzt wahrscheinlich das Beispiel machen, wo es nicht billiger ist. Okay. So, 3 Rote. Normalerweise geht es viel, viel schneller, weil ihr müsst euch vorstellen, ein Chromatic hat da relativ... Ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass er einen Roten hittet. Das war jetzt sehr, sehr unlucky. So, und jetzt machen wir einfach 4 Sockets. Blau wollen wir. Perfekt. Und jetzt linken wir es einfach. Und wir haben eine Feeling-Item mit 3 Off-Colors. Hat jetzt relativ lang gedauert, normalerweise dauert es nicht so lang. Ja, und das war es schon. Und das könnt ihr im Endeffekt, wenn ihr 4 Off-Colors haben wollt, könnt ihr es im Endeffekt genauso machen. Also, kann ich jetzt nochmal zeigen. Dann würdet ihr halt wieder auf 3 Sockel gehen und dann wieder auf 4 Sockel. Nur mal als Beispiel, wie schnell es klappen kann. Kann auch mal zu einem Versuch gehen. Und jetzt haben wir auf jeden Fall billiger, als 4 Rote mit Chromatic zu machen, haben wir auf jeden Fall viel, viel billiger. einen 4 Off-Colors. Also, 4 unnatürliche Farben auf einer Int-Kopf. So, wir wollten jetzt aber natürlich den Intritten als Blau haben. Linken wieder. Und unser Kopf ist fertig. Jo, und das war es dann schon zu Chromatics. Wie gesagt, das ist ein mega nützliches Rezept. Auf der Brust klappt es natürlich nicht so. Ne, weil, ähm, da könnt ihr es natürlich nicht so einfach dann linken. Äh, beziehungsweise, da kostet halt der 5. und 6. Sockel kostet dann relativ viel. Da lohnt es sich nicht mehr. Aber auf jedem Item mit 3 oder 4 Sockeln könnt ihr das genau so anwenden. Und ihr werdet in den meisten Fällen, und ich glaube auch bei mir war es das noch billiger, in den meisten Fällen werdet ihr billiger kommen, als wenn ihr Chromatics nehmt. Äh, hoffe, es hat euch geholfen. Hoffe, ihr werdet das auch ab und zu erstmal benutzen können. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss! Tschüss!